Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, euer kleines spanisches Mädchen Sly Fox. Lady Fox. Und wir haben gerade in der letzten Folge ja hier wirklich den ganzen Kram gesehen und mit Leuten gesprochen, unser Tagebuch geschaut. Eine super süße Zeichnung. Mir gefällt der Stil bisher sehr. Okay, das ist natürlich ein guter Grund zu heiraten. Ja. Ja, das ist halt die falsche Sache, das kleinen Kind schon beizubringen, zu sagen, du musst lachen, auch wenn du traurig bist. Das ist, äh, ja, Kindererziehung, anderes Thema. Ich glaube, wir werden hier noch ein paar Mal mehr über solche Dinge stolpern, ne? Ein Murica. Ja, das hier ist Murica gewesen auf jeden Fall. Okay. Ja, ja, richtig. Wir Männer haben auch unsere Sachen, die uns von klein auf erzählt werden. Mann, stell dich nicht so an. Heul nicht. Ja, ja, das kennen wir. Ich glaube, da kriegen beide, beide Seiten, das passend erzählt. Oh. Oh, das Robben ist wieder. Wann wird Daddy lernen, dass ich sie live liebt habe? Ich lieb sie live. Wir können Glitzer draufwerfen. Oh, das ist richtig. Wann wird Daddy lernen? Hä? Was, was habe ich getan? Also, super, dass ich es getan habe, aber was habe ich getan? Hasensuppe. Mami, das schmeckt wirklich schlecht. Was ist das? Möge Tiere. Das ist das. Ja, das ist für immer. Okay. Yay, Glückwunsch zu dem Züb. Also, immer wenn sie traurig ist, können wir Glitzer streuen. Das ist sehr traurig. Drogen und Glitzer, wie ein Happy Few oder so. Ich habe keine Ahnung, ob das nachher ein Herzefakt wird oder nicht. Ich weiß es nicht. I don't know. Das ist heute, korrekt. Aber nur den guten Saft. Mit. Der gute Honigsaft. Sagen wir, Mami, dass wir gehen? Ja, wir sind ein gutes Mädchen, oder? Yo, Mami ist ja begeistert, das mitzukriegen. Erstmal glitzernd drauf. So. Okay, das Spiel hat keine tieferen Ebenen, kann also nicht hoch und runter klicken. Ja genau, Füchse sind nicht kriminell. Darf er wohl bitten? Wasser. Das ist wunderschön. Nicht so wunderschön als wenn mein Vater in den Puchte. Das war wunderschön. Bei ihr klingen die Dinge so niedlich, aber es ist eigentlich voll widerlich. Guck mal, eine Katze. Einfach mal Glitzer drauf. Okay, da kann ich nicht mal Glitzer draufhauen. Aber ich habe eine Katze. Streich ihn mir eine Katze. Katze streich ich nicht immer gut. Ich hatte jetzt, warum auch immer mit dem Auto geregnet. Er hätte jetzt zum Spiel gepasst. Dass er einfach mal als kalten Auto drüber fährt. So, bevor wir weitergehen, musst du wissen, dass du die Regeln des Spiels ist, Fortuna. Okay. Erinnern, du wirst auf eurem Reise geben. Okay, Reise. Es gibt kein Recht oder Fehler. Nur Konsequenzen. Okay, okay. Nur Konsequenzen. When you beat the game, the prize of eternal happiness is yours. I'm ready. Your next mission is to cross this road. Alright, I can do that. Look to the left. Look to the right. Any cars? No. Okay, I'm going. I saw a monster. What monster? I didn't see anything. It was there. I saw it. It's probably just your imagination. Yeah, that's true. I have a very big one. Just keep going. We'll have so much fun. Alright. Irgendwas stinkt hier. Look, a sleepy bird. Come on, Miss Fortune. Let's go now. Leb, kleiner Vogel. Leb! Aber warum hat sie ihn erwischt? Und was war das gerade? Ist da doch eine Parallel? Ich meine, das Spiel hat ja damit angefangen, dass der Fuchs auch gefühlt aus einer Parallelhölle rauskommt. Also irgendwo ist der hierher gekommen. Das Glitzer streunert mich an die Zensurgnome bei Haves Neuen Augen. Ja, das ist übrigens auch ein sehr gutes Game, Haves Neuen Augen. Oder Ender bricht aus. Könnt ihr übrigens bei mir auch auf dem YouTube-Kanal schauen. Einfach mal in den Playlisten schauen. Da hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die guten Zensurgnome. Ja, gehen wir mal weiter. Also irgendwas ist ja nicht richtig. Die guten Zensur wisely. Schoo, ich bin gleich die Idee. Ich bin echt strapiert. Das ist ja nicht. Ich bin echt pr concernt, aber glaube ich, es ist natürlich auch gut. Ich bin echt super, fühltest du. Und dann werde ich dich. Was ich jetzt, was ich mit dir. Und dann werde ich dich. Ich bin echt nicht. Ich bin echt. Ich bin echt, was ich ein bisschen. Ja, dann werde ich mich. Und dann werde ich auf die SpanKEN. Oder ich bin. Ja, ich bin echt gut. Was ist das denn für ein Intro? Einfach Glitzer drauf, dann geht das. Es ist eine wunderschöne Zeichnung ne, also wirklich süß gemacht, diese Ebenen, das Handgezeichnete, das ist eine Wunderschöne. Jetzt schaue den Ball an. Welche Ball? Diese Ball. Ah, diese Ball. Okay. Papi! Was habe ich gemacht? Es ist nun alles kaputt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es gibt nichts mit dir. Manchmal ist das Leben einfach nicht fair. Aber ich bin hier für dich. Wirklich? Vielen Dank. Schönen Sie, die Papi verletzt wird jetzt die Party. Was Party? Es ist so fishy. Hätte ich den Hund losgemacht, wäre trotzdem was Schlimmes passiert. Ich streichle ihn jetzt. Ah, guck mal! ich bin schon ein bisschen traurig sind das schweden oder norweger verboten für hunde also die europäische sprachen sitzen ja wirklich dicht beieinander einigen so was wie niederländisch oder auch einige norddeutsche norddeutsche einige norddeutsche sprachen verboten für hunde dänisch ja irgendwie so was wird das sein es wird in den nordischen sprache sein der wut kommt aus frankreich wow der wut interessiert mich jetzt das hier das kacke ich will da nicht rein oh no i step on do geto oh sweet i can see my footprint angeblich schwedisch sagt google ich war glaube ich mein erster gäste oder bin ich gut dabei in der eigenen kotze glitzer ich glaube nicht dass das gesund ist glaube ich nicht hat ja einen grund ne das ganze viele mikroplastik das nicht gesund nicht glitzer essen bitte für das beste für das beste für das beste irgendwie sowas war es das nicht gesund ich stelle mal glitzerdose stellt count die glitzerdose weg glitzer ist man nicht leute glitzer ist nicht gesund mikroplastik ja deshalb wird es abgeschafft von der eu ne darum kein mikroplastik in die freie natur so wir haben hier genug hat die andere side of this lake you will be one step closer to the prize of eternal happiness and the party right ah yes that too sie ist so süß ey ich mag sie warte was Wir werfen Glitzer auf die Vögel, wir treten ihnen die Eier. Und ich fragte, wo diese Böse sind? Und sie sagte, zwischen den Legen. Okay, das klingt wie ein Plan. Okay, hier geht's. Ich kicke. Okay, wir haben ihn die Eier gedreht. Oh Gott. Nein, die Vögel haben eine Kloake. Die haben keine Hoden. Was ist das Mittelfinger wirklich? Was ist das denn gerade? Also der Spiel ist jetzt schon sehr funny. Auf jeden Fall Psycho-Pompos. Ich will nach links. So, Mr. Voice, is the party on the same way to the eternal happiness? Yes, yes it is. Oh, that's convenient. Have you thought about how to break the news to George? About the puppet? Yes, I mean if you want to. No, I don't want to get in trouble. And I really want to dance at the party. Alright then. Wir können ja nichts für den Unfall. Oh, look. A boat. Hello. Are we there yet? Just a bit farther away. Ah, okay. Gute Fische. Plastik. Oh, ein Fisch. Was sollten wir damit machen? Wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. Sein Name ist Rodrigo und er braucht ein neues Ort, um zu bleiben. Hallo, Rodrigo. Er sieht sehr niedergeschlagen aus. Ich frage mich, ob Rodrigo über Sushi gehört hat. Es ist wie Rodrigo, aber in kleinen Stückchen, du weißt. Oh, nur in kleinen Stückchen. Okay, wir haben einen Rodrigo mitgenommen. Was ist das denn, ey? Oh mein Gott. Also es ist sehr funny, das Game. Ich habe noch keine Ahnung, wann die Reise geht, aber ich bin sehr angetan davon. Von daher, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns der nächsten Folge wiedersehen. Denn ich bin sehr angetan davon. Macht's gut, euer Slide. Ciao. Ciao. Ciao.